Die Schweizer Paterschaft für die Berggemeinde finanziert Projekte im Berggebiet. Das sind Projekte wie Schulwäser, Lawinenverbauungen, Alpsanierungen usw. Die Schweizer Paterschaft für die Berggemeinde braucht es, damit das Berggebiet uns allen als Erholungsraum und als Lebensraum für die Bergbevölkerung erhalten bleibt. Wir öffnen viele Türen, in denen wir viele Projekte mitfinanzieren können, die sonst nicht realisiert werden könnten. Und wir öffnen auch die Türen, in denen wir den Kontakt zwischen Berg- und Talbevölkerung herstellen.